Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Mit Benedikt Meise. Guten Tag. Zusammen mit Karnevalisten aus Köln und der Umgebung feiert der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki heute einen ökumenischen Gottesdienst. Er beginnt um 18.30 Uhr im Kölner Dom, wie das Erzbistum mitteilte. Woelki hatte bereits in den vergangenen Jahren mit den Jecken Gottesdienst gefeiert und damit eine unter seinem Vorgänger Kardinal Joachim Meißner entstandene langjährige Tradition fortgeführt. Zwischen Religion, Kirche und Humor sehe er viele Verbindungen, sagte Woelki bereits im vergangenen Jahr. Deshalb wundere es ihn auch nicht, dass der Karnevalisten-Gottesdienst im Kölner Dom besser besucht sei als die Christmette an Heiligabend. Heute Abend werden auch Stadtdechant Robert Kleine und der Stadtsuperintendent des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region Bernhard Seiger erwartet. Die Kollekte soll in diesem Jahr dem Sozialdienst katholischer Männer, SKM, und dem Sozialdienst katholischer Frauen, SKF, in der Siedlung im Mönchsfeld im Kölner Norden zugute kommen. Zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde leisteten sie dort wertvolle Hilfen für Familien, Jugendliche und Kinder, hieß es. Domradio überträgt den Gottesdienst live im Internet. Die Venezolanische Bischofskonferenz und die Caritas haben von der sozialistischen Regierung Venezuelas die Aufklärung von mindestens drei Bootsunglücken aus den vergangenen zwei Monaten mit Dutzenden Vermissten gefordert. Aufgrund der schwierigen Lage in Venezuela könnten immer mehr Menschen zu Opfern von Menschenhändlern werden, warnten die Bischöfe in ihrer gestern veröffentlichten Erklärung aus der örtlichen Medien nun zitieren. Derzeit gibt es einen Machtkampf in Venezuela. Die rechtsgerichtete Opposition erkennt wegen des umstrittenen Wahlsiegs Maduros ohne ausreichende Kandidaten der Opposition dessen zweite Amtszeit nicht an. Zu verbesserten Beziehungen zwischen Israel und dem Vatikan haben einem Diplomaten zufolge erst Päpste wie Johannes Paul II. beigetragen. Was sich verändert hat, ist verbunden mit den Persönlichkeiten, heißt es. Johannes XXIII. habe nicht erst darin unterrichtet werden müssen, was das jüdische Volk durchgemacht habe, betonte der ehemalige Botschafter Israels am Heiligen Stuhl, Mordechai Levi, bei einem Vortrag am Abend in Bonn. Während des Nationalsozialismus hatte der spätere Papst unter anderem Juden zur Flucht aus Ungarn verholfen. Johannes Paul II. habe als Kind in seiner Heimat Polen viel Kontakt mit Juden gehabt. Er kannte Juden aus enger Tuchfüllung und das mache einen Unterschied. Erst während des Zweiten Vatikanischen Konzils unter Papst Johannes XXIII. klärte die katholische Kirche ihre Haltung zum Judentum. Renato Schlegel, Milch Nachrichtenredaktion. Das christliche Kinder- und Jugendwerk, die Arche, will eine Grundsicherung für Kinder. Zitat, wir fordern 600 Euro ab dem ersten Lebenstag bis zum 27. Lebensjahr, sagte Archesprecher Wolfgang Büscher am Mittwoch in der Sendung Frühstart bei NTV. Rechtlich müsse es ein Einkommen für Kinder sein, anders als das Kindergeld, forderte Büscher. Eltern würden sich letztlich strafbar machen, wenn sie das Geld für andere Dinge ausgeben. Laut dem Statistischen Bundesamt waren 2018 in Deutschland mehr als 2,4 Millionen Kinder von Armut betroffen. Der Deutsche Kinderschutzbund geht mit 4,4 Millionen Kindern von einer deutlich höheren Zahl aus. Anlässlich der anhaltenden Großbrände in Australien hat Papst Franziskus den Bewohnern des Landes seine Nähe bekundet. Bei der Generalaudienz im Vatikan begrüßte er eine Gruppe australischer Pilger, Zitat, Ich fordere alle auf, Gott zu bitten, dem Volk in diesem schwierigen Moment mit dem großen Flächenbrand zu helfen, so der Papst spontan am Ende seiner Ansprache im Vatikan. Zudem bekundete er sein Beileid zum Flugzeugabsturz in Teheran. Der brasilianische Theologe Leonardo Boff hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, auf die militärische Überlegenheit der USA fixiert zu sein. In einem Tweet schreibt Boff, Zitat, Man sollte Präsident Trump an den Satz Napoleons erinnern, der gesagt hat, es gibt keine machtvollere Waffe als den Geist. Da es Trump an Geist mangelt, kann er nur sagen, dass seine Waffen die stärksten der Welt sind. Aber es ist der Geist, der uns rettet, nicht die Waffen des Todes. Zirkus im Vatikan. Einen ungewöhnlichen Auftritt gab es heute bei der Generalaudienz von Papst Franziskus. Eine Zirkustruppe stellte ihre Kunststücke vor. Begleitet von Latino-Popmusik zeigten kostümierte Akrobaten, Tänzer und Clowns des italienischen Zirkus Aqua Teile ihres Programmes. Anschließend begrüßte Franziskus die Artisten. An der Generalaudienz nahm die gesamte gut 60-köpfige Zirkusmannschaft teil.